Hallöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Art of Conquest. Es geht weiter. Theoretisch müssen wir gegen die Berserker kämpfen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust gerade auf die starken Gegner. Hm, aber ich muss wohl. Ich muss wohl. 1781, 1756 sind alle nicht besser. Und hier bräuchte ich ein bisschen mehr Schwertkämpfer. Davon habe ich gerade gar nicht so viele. Wie viel Truppenkapazität habe ich denn? 433 und 455. Jetzt kommt das Ding noch dazu. Es hat schon dazu gezählt, sehr gut. Dann kann ich noch ein paar mehr Schwertkämpfer machen. Schick, schick. So, wir haben die Mission abgeschlossen. Bau ein Level 1, Katerpult. Geht mir das auch nicht auf den Sack. Bisschen genauer Menschen. Das kriegen wir auch noch hin. Easy going. Dann gucken wir mal. Was wir denn hier alles für Helden haben. Berserker brauche ich ja einfach Schwertkämpfer. Viel, viel mehr Schwertkämpfer. Ich habe nur 12 Stück. Das ist einfach viel zu wenig. Ich kann. Aber einfach mal einen Katapult mitnehmen. Ich habe mal Just a Funko. Alter, ist das fett. Die Pferde sind nutzlos. Zwei Stück reichen mir nicht. Da haben wir Schwertkämpfer. Bogenschützen. Bogenschützen. Wir können Priester vielleicht noch mitnehmen. Und was halt, um einen Katapult zu beschützen. Ah, Katapult haut ordentlich. Wow. Da geht es schon los. Bam. Und gleich noch einen schönen Klingentanz. Wobei, ich weiß nicht, da sieht es komisch aus gerade. Dance with me. Ja, der macht auf jeden Fall mal guten Damage. Das muss man schon sagen. Aber irgendwie verliere ich das Game gerade. Weil meine Bogenschützen einfach fernab von meinen ganzen anderen Gebäuden sind. Oder anderen Truppen. Noch einmal bitte. Ich habe ja schon alle drin. Ja, da bringt dann natürlich nichts, ne? Das können wir dann knicken. Hat mein Ruf hier jetzt einer Dings verloren? Ich weiß das gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Oh Gott, wie viel Energie hat er beim letzten Mal gehabt? Zweimal. Also selbst wenn ich ein Dings mache und dann wieder mich resette, verliert er anscheinend keine Energie. So, also gegen die kann ich gerade erst mal nicht kämpfen. Die sind mir ein bisschen zu heftig. Geht's hier oben noch weiter? So, mal hier. 1823er Südfen. Nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Sag mal, hier schönes 1000er Bogenschütz. Aber nur Bogenschützen, ne? 1900 und so krasser Damage an Bogenschützen? Hm, die Zwergenarbeiter, die kann man erledigen. 1495, das ist jetzt nicht allzu stark. Das Katapult, äh, weiß ich nicht so wirklich. Irgendwie eher nicht so, ne? Ich habe keinen Bock drauf. Ich kann die Magier nehmen. Die untoten Magier. Huch, hat er es nicht gemacht. So ein Schlingel aber auch. Meine Südfen werden angegriffen. Und Tote können halt auch nicht mehr wiederbelebt werden, wenn sie getötet werden, ne? Sind halt untot. Oh, sehr gut. Sieht ganz gut aus. Kann man vielleicht auch ein paar Skelett-Mager verloren haben. Ja, drei Stück. Ah, ist ja ungünstig. Pfff, pfff. Oh, ein bisschen Gold. Oh, ist eine ganze Menge Gold, ne? Ja, so kleine Häufchen. 1324 Untote, die haben keinen Moralverlust. 1490 für die Reiter. Wobei die Reiter sollten wir einfach relativ easy killen können. Da ist die Kraft ja nicht ganz so relevant. Weil wir hier ganz einfach mal ein paar Speere vorschicken werden. Aber ich habe gar nicht mehr so viele, merke ich gerade. Äh. Und noch ein paar Speere. Gucken, ob das funktioniert. Also von der Kraft her sind wir weit, wow. Weit aus stärker als die Gegner. Aber sowas von außen. Ja, vor allem die silbernen Speer... Alter, das war ja easy. Die silbernen Speerträger sind natürlich mega krass, weil sie einfach auch noch den Speer werfen können. Das hat ja auch noch einen super Vorteil für die. Ein bisschen Kohle mitnehmen. Eine Aufgabe abgeschlossen. 300 Menschen besiegen, gibt es 200 Gold. Jetzt haben wir zwei Metrile ein. Ich brauche noch einen Metrile. Sehr gut. So, jetzt haben wir ja auch noch schöne Skorpione mit 1425 Kraft. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Was ist das hier? Ah, Echsenmest. Ah, guck mal, das ist hier gewesen. So, so. Aber die Echsen gefällt ich ehrlich gesagt gar nicht so stark. So, wirklich Damage machen die nicht, oder? Also, am Fischspiel kreaturen sind Exenkriege und was sind im Mund gegen Geschwindigkeit? Soll ich zur Verfügung über eine Umfung von der Hölle Geschwindigkeit? Aha. Also, das ist auch ganz gut gegen die Reiter, aber dann nehme ich doch lieber meine Sperrkämpfer. Äh, Sperrkämpfer. Ehrlich gesagt. Wir gehen mal nach Harabee. Harabee? Ja, ich muss, äh, wie lange sollen die Einheiten regenerieren? Ist ja Wahnsinn. Ja, war das von wegen, die haben die Zeit nochmal verkürzt um 25 Prozent. Merke ich nix von. Und hier habe ich, glaube ich, auch noch nicht so viel gemacht, oder? Und zumindest hier. Ich hatte doch hier was erkundet gehabt, aber noch nicht alles geklärt, oder? Was war ein sehr schönes? Das sehe ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe. Doch, hier habe ich erledigt. Daran kann ich mich heranlernen. Mir ging das irgendwie nicht mehr, weil, keine Ahnung, wurde gesagt, dass ich nicht habe, die Karum zu betreten. Verstehe ich gar nicht. Das ist ja auch noch ein Rätsel, warum ich das nicht betreten kann. Also ich möchte schon den ganzen Welt erkunden, ist schon klar, ne? Also nicht, dass ich hier nur einen Teil erkunden darf und das war's dann. Das kann man schön knicken. Aber hier habe ich noch nicht alles erkundet. Aber noch lange nicht alles. Aber ist noch relativ easy. Standard, ehrlich gesagt, hier sind irgendwie die schwachen Gegner. Wollen wir mal ein bisschen Elixir mit. 312, sehr gut, ich danke. 608, das ist ja niedlich. 645, da reicht der Grimm. Muss ich ja auch. Für mehr bleibt mir da wohl nicht mehr was. Und noch ein paar Bogenschützen. Grimm regelt das schon, ne? Natürlich. Aber eigentlich Schwertkämpfer waren ganz cool. Ich will die Rauchbommeloch zünden, bevor er... Ah, verdammt, konnte ich nicht mehr. Bevor er das zünden wollte. Damit die nicht auch ein bisschen mehr stacken können. Aber das hat wohl nichts gebracht. Hey, der KT mit einem Hit. Bam, wurde er halt einen Nahkampf angegriffen, ne? Das sind doch mal schöne Gegner. Die möchte ich haben. Machen keinen Damage. Ja, das war mal ein einfacher Kampf. Die Gebiete kann man ja easy clear. Und gibt genauso viel Erfahrung. WTF? Ja, weg, Alter. Das ist mein Alex hier. So, die Reiter. Eigentlich muss ich das clear, bevor ich hier weitergehen darf. Boah, das sind schon wieder die Nächsten. Mitril will ich nicht haben. Das ist weg, schade. Wobei, ich muss ja noch einmal Mitril holen. Für die Mission. Ein Mitril fehlt mir ja nur noch. Gucken, ob ich rechtzeitig hinkomme. Bevor das Ding weg ist. Ich weiß nicht, wir gehen mal nach Fosk. Laufen wir dem Ding auf jeden Fall vorbei. Und wieder langsamer werden. Oh, ist das ätzend. Wäre ganz cool, wenn wir alle... Alle? Sehr gut. Okay, ich muss das wohl sammeln. Und sammeln nicht von Karim, sondern... Ja, nicht von Karim. Ich wollte gerade mal sagen, das habe ich vergessen. Ach ja. Wäre ganz cool, wenn ich mir um ein paar mehr Gebiete mehr wieder zu Hyrule gehören würde. Aber irgendwie... Mal gucken. Meine Gilde ist jetzt auch nicht so... Wahnsinnig aktiv. 28 von 90 Membern. Und teilweise inaktiv as fuck, alter. 26 Tage. Also irgendwie brauche ich mal eine aktive Gilde. Wo nicht so Lappen drin sind, weißt du. Ich habe jetzt auch langsam keine Energie mehr. Weil ich trotzdem mal ganz ehrlich an alles klären würde. Aber das ist nicht so einfach. 766 Kraft. Ich denke, dass die Sperrreiter... Äh, die Lanzenträger wieder ganz gut. Und noch ein Held. Können wir sie mal mitnehmen. Schön gegen die... Gegen die blauen... Äh, gegen die silbernen Einheiten. Da sieht man so einen kleinen Rahmen um das IV rum. Bei den silbernen. Und es ist... Oh, der Einheit ist sogar gestorben. What the fuck? Dann muss ich ja mal einer Einheit nachproduzieren. Bogenschützen. Ja, theoretisch müsste ich halt wirklich die kompletten... Die kompletten 65 Truppen hier mit... Mit Bogenschützen vollpacken. Aber... Ich weiß nicht so recht, ob das wirklich Sinn macht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wie so ein Kampf abläuft. Müsste man irgendwann mal testen. Ja. Schwertkämpfer. Bogen schützen. Grimm. Und auf geht's. Knapp über dem Angriffslimit. Schön alle versammeln. Sehr gut. Ah, die werden gerade ein bisschen langsam aber wegen dem Fluss. Bam, bam, bam. Einfach mal fast alle getötet. Mit dem Skill. Na, ist schon gut. So, Anfangsareale kann man mit einem Helden mal ganz gut klären. Sehr, sehr gut. Und die kriegen alle schöne Erfahrung. Die ganzen Tränke muss ich auch mal benutzen. Habe ich auch so viele davon. So, Grimm kommt auf jeden Fall noch einmal rin. Einmal Schwertkämpfer. Ja. Und dann noch einmal den Bogenschützen, will ich sagen. Dann kommen die Grimm kommen noch ein Stück zurück. Dann kommen die auch mal ganz kurz ein Stück zurücklaufen hier. So. Und die versammeln sich jetzt schön alle. Bam, bam, bam. Das ist doch schön, wenn ich auch mal so einfache Gegner-Truppen besiegen kann. Muss ja auch mal eine Abwechslung geben. Ich finde das auch schade. Dass die Taktik-Schule Energie kostet. Also, das wollte ich ja mal probieren. Das habe ich mir so vorgenommen, vor dem Pater, um zu gucken, ob ich jetzt die Taktik-Schule machen kann. So, den Unterbereich haben wir geklärt. Da ist schon wieder Gold. 1.920 Gold und wir kriegen einen Teil davon, den wir ausrauben werden. Ah, ne, da ist keiner mit dabei, alles gut. Und zack, ja, mit dem Gold und da ist die Karawane halt weg und dann sieht man die halt nicht mehr. Und so könnte man theoretisch den ganzen Tag damit verbringen, das hier alles zu bestalken. Um hier abzugrasen. So, den war ich anscheinend schon? Ne. Ui, das ist aber ein hier schönes. Ah, eine Hydra wieder. Niedere. Können wir auch mal töten danach. So, die Trainings sind abgeschlossen. Naja, von denen. Ey, die Einleitungen noch drin sind. Wahnsinn. Was dort am längsten die hier? Wenn ich ja danach eh eine Aufnahmepause mache. So. Ich werde noch irgendwas machen. Ich habe es vergessen. Ach genau, wegen Taktik-Schule wollte ich noch gucken. Berater, Treant, Führung, Fechleinkauf durch, Benutzer der Helden oder Schleckreine, um ihn zu blocken. Kann ich irgendwelche benutzen? Ne. Ne, habe ich nicht. Kann ich nicht benutzen. Das heißt, hier brauche ich leider immer wieder Energie. Finde ich ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Aber gut. Kann man nichts sagen, aber. Vielen Dank, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Art of Conquest. Wenn ich ja volle Energie habe, geht es weiter. Und wenn der Elbe dann auch wieder am Leben ist. Und bis dahin, haut rein Leute. Ciao.